Es ist ein Schülersieg für Johnny Fröber von R.V. Eicheldrath aus Lugau, Sachsen. Zauberte 4,61. Alexander Linker, Nürnberg-Hössen gegen Mika, Mühlmann, R.G. Hauptsitzel, Lugbach. ! ! ! !! . !!! ! ! ! ! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht.